Gehen wir erstmal und schaffen uns mal so einen Überblick. Die Map kennen wir ja sogar. Dann müssen wir sie jetzt in der anderen Richtung abgehen. Mal gucken, ob der mich hier sieht. Ich stehe hier ein bisschen offensichtlich da. Nö. Nö. Okay, ich hab ihn nicht gesehen. Nö. Na gut. Ach, Mann. Ich hätte gedacht, ich kriege hier so eine Aktion, eine spezielle. Och, nervt da hinten nicht. Unter dem Rocket Launcher. Hoppa. So, ich hab nur deinen Kollegen getötet, wa? So. Uh. Hey, ich hab ihn auch getroffen. Ich seh grad nicht, was für ein Ding ich mir da so genommen hab. Aber egal. Komm, ich steh. Gut, streh halt nicht die Flucht an. Aber ich hab Nanopasta gefunden. Na komm her. Ich hab gesagt, komm her. Ja. Jetzt hab ich dich. So. Achso, ihr habt diese Energiezellen. Hm. Na gut. Hm. Hm. Schalten sie alle Feinde aus. Kombination complete. Wow. Warte mal. Stand da. Ach, schade. Geh sterben. Kombination attack. Sag dir, geh sterben. Ach, schade. Die droppen hier gar nicht das Ding, was ich so gern hätte. Ähm, stimmt. Der Wurfmesser hab ich ja ausgerüstet. Achso, ihr seid nur die kleinen Viecher. Hö. Der war halt grad Aktion. Wo ist denn der Typ hin? Der spawnt da oben und fällt dann dauernd wieder runter. Oh. Die kann ich ausschalten einfach so. Okay, kann ich das auch mit dem? Tatsache. Noms. Okay, ich war jetzt dort durch das Sam gespielt, hab jetzt nicht mehr dran gewöhnt, dass ich da so die Typen einfach ausschalten kann. Und dann hier. Oh, ne, er im Granate. Schön. Das machen die Sache wieder so unwahrscheinlich schön. Okay, da darf ich nicht lang. Ich gehe davon aus, dass die Brücke jetzt noch nicht zerstört wird, weil sie erst bei Rhyden zerstört wurde. So, aber ich erkunde, erkunde mal hier grad das ganze Ge- Oh. Da haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Da oben ist halt noch der Letzte. Na, komm mal her. Hm. Blöd, dass ihr kein Gehör habt, ha? Oh. Autsch. Kein Schaden. So. Was ist das denn für ein Ding? Auch nötig, dass diese dämliche Barrikade war. Ja. Hm. Ähm. Süß. Hahaha. Cool. Ähm. Entweder schleiche ich mich an dem vorbei oder ich feite ihn. Hoppala. Falsche Taste. Hm. Der Bus könnte mir genug Deckung geben. Könnte klappen. Ich versuch's. Ah, das sind zwei. Ach, leck mich doch. Boah. Boah, ist der, ist, sind, sind wir fett. Wenn der Bus, wenn man bedenkt, wie groß die Menschen in dem Bus sein müssen, die da drin sind. Aber war schnell. Aber war schnell. Ganz, ganz schnell. Ja, wirklich schnell. Einfach flott hier hin. Direkt hier hin. Ich hoffe, ich hoffe, es klappt. Sei dumm. Sei dumm. Sei dumm. Kann ich hier hin. Kann ich mich hier zurückziehen oder? Ist hier Stopp. Hier Stopp. Kann ich hier nochmal den Abschnitt? Ich möchte es nämlich mal, ich möchte es so schaffen. Mit dem Durchschleichen. Ich habe nämlich auch einen Plan dafür. Das hat keinen Sinn. Also muss ich mich erstmal hier aufhalten. Bis der Robocop wieder zurückkommt. Und danach. Der müsste jetzt. Nein. Naja, dann trinke ich eben mal einen Schluck. So, okay. Boah, diese Gegner sind hart. Ich will den Kampf gegen die vermeiden. Und ich will auch gucken, dass ich mich hier durchschleichen kann. Stopp, 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 stopp. So. Jetzt habe ich halt bedenkt, was den angeht. Wer hat mich erblickt? Er nicht. So. Ich habe einen Plan. Hm. No, das kann doch nicht sein. Wie stellen die sich das vor, wie wenn da durchkommen soll? Naja. Autsch. Nein, verzichte. So. Das ist schon mal kaputt. Was auch immer, die ich gerade erwischt habe. Nein, 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 nein. Gut, dass der andere das noch nicht mitbekommen hat. Zumindest habe ich meinen Plan, den ich machen wollte, umsetzen können. Nein. Mach. Ah, verdammt. Eh keinen Sinn. So. Hoppa. Oh. Das war es schon. Was? Wo kommst du denn auf einmal her? Spawn da einfach auf der Brücke? Das gibt es doch nicht. Komm, gib her. Kann doch nicht wahr sein, dass du einfach auf der Brücke spawst, hier. Das ist ja. Oh ja, kann man machen. Warte mal, bin ich ver... Kann ich auf die Mauer hoch? Wäre auch zu schön gewesen. Warte mal, das ist doch die kurz bevor wir zu Raiden kommen hier. Können wir das vielleicht so deichseln, dass wir nur die Aufmerksamkeit von dem hier kriegen? Komm mal her. Ich will nur die Aufmerksamkeit von dem. Oder ihn tot sehen. Eins von beiden. Da er tot ist, ist es mir sogar eher recht. Da müsste noch einer sein, da drüben. Warte mal. Sogar zwei. Oh, das kann doch nicht sein. Ach, Mann. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit von dem Deckung zu kriegen, sodass er mich nicht mehr sieht? Wäre sehr schön. Achso, ich komme hier gar nicht hoch. Dann hätte mein Plan eh nicht funktioniert, denn ich fordere. Ist ja gut. Mann. Dann feite ich eben. Ähm. Dadadadadam. Dadadadam. Dadadadam. Nope. Drrrr. Boom. Nur weil ich das mache? Oh. Shit. Okay. Kannst du mal aufhören, deine Kombination weiterzumachen? Wo? Aua. Na komm, wir kriegen einen KI-Fehler. Nicht du. Komm schon. Nein. Ah. Dankeschön. Noms. Okay. Da ist eigentlich die Stelle, wo wir Raiden begegnen. Da oben. Genau da zersäbeln wir ihn ja. Oder zersäbeln wir das. Hm. Okay. Wenn der mich sieht, bin ich sowas von am Arsch. Außer ich schaff's halt. Oh. Ich hab ja eine EMP. Oh nö. Das ist ein Wurfmesser von mir. Okay. Wenn ich den natürlich erstmal assassinieren kann. Könnte. Wäre das cool. Finisher Move gegen ihn hinkriege. Yes. Wunderbar. Scheiß drauf. Es hat geklappt. Oh warte mal. Kann ich eine Aktion machen. Lass mich raten. Hier muss ich dann kämpfen. Naja. Ah warte mal. Das ist der Gang wo Raiden war. Ach so. Wo wir das doch dann zersäbeln. Haha. Okay. Gecheckt. Gut. Warte mal. Ist da jetzt unten noch wieder einer oder? Ach ne. Das Ding. Warte. Vielleicht wenn ich mich beeile. Yes. Scheiß drauf. Egal. Hat geklappt. Oh ja. Dieser Finisher Move. Ich liebe ihn einfach. Wenn ich mich nicht damit rechne. Boom. Zack. Ender. Kann man größere Gegner einfach so schnell ausschalten. Schnell die Gegend scannen. Und noch der da. Ah sehr schön. Mal schalt gucken dass der. Komm schon. Oh yeah. Ha. Zack. Sauber. Oh. Geschafft. Ähm. Ja. Dann ging. Stand da. Glitscht in der Decke. Kein Schaden. Kein Alarmsignal. Alles. Paletti. Paletti.